Die hier zu erwerbende 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in Glashütten, Schloss Born. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche und einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Wohnung liegt bei ca. 95 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 135.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020